So Leute, damit ein herzliches Willkommen. Ich will jetzt unbedingt wissen, kriegt man die Waffe? Kriegt man die nicht? Muss ich die freischalten? Muss ich die erhalte 5 Eter für die Erfüllung? Oh, okay, ja, passt, nice. Das ist, das ist eigentlich okay. Das ist schwer ein Ort. Oh. Oh, okay, okay. Okay, jetzt wissen wir mehr Bescheid. Jetzt wissen wir mehr Bescheid. Okay, 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 okay. Auch die Herausforderung. Das ist ja gesagt, die Herausforderung. Ein Körner mal gemacht, mal geschaut, wie schwer, geil, nicht geil. Ich glaube, es ist auch eine nette Einführung, würde ich mal sagen, eine nette Einführung. Beziehungsweise, was ich mich aber auch frage, ist, verliere ich dann die Sachen? Oh, nichts. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt da, dann bist du schon was zum Einsammeln, du oder dies, das jenes. Ob ich das dann verliere? Wo ist denn der Scheiß, da geht's? Ah, da. Na, schau. Na, schau, na, schau, na, schau. Ich habe so das Gefühl, dass ich bis vier kommen muss. Na ja, immerhin. Eins haben wir mal. Eins haben wir mal. Das ist ja schon wenigstens mal irgendwas. Das ist schon mal wenigstens etwas. Ich sehe da schon jedenfalls mal so eine Kugel. Und das Kugel gefällt mir mal so. Wow, aber gar. Gefällt mir mal so gar nicht. Gefällt mir mal so gar nicht, das Kugel. Das habe ich schon von der Weide gesehen gehabt. Oh, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Allein schon, weil es zielsuchen ist, ist es noch geiler. Oh, du großer. Oha. Oha. Eigentlich schon badass motherfucker mäßig, die Waffe. Bistappert. Badass motherfucker. Alter, wieso müssen wir sich jetzt vielleicht jedes Mal mal diese Herausforderungen anschauen. Diese Waffe ist richtig nice. So, wenn wir wahrscheinlich trotzdem nicht das Spiel durchspiel können, aber wir haben vielleicht wenigstens eine bessere Chance in dem einen Huhnsraum. In dem einen Raum haben wir sicher eine bessere Chance dadurch. Und vielleicht haben wir sogar die Hoffnung dadurch, dass wir... Verschrei es aber. Verschrei es nicht. Verschrei es nicht. Aber hey, ist ganz nett. Ist wirklich ganz nett mit der Waffe. Jetzt bin ich gespannt. Ich hätte so auch gefeiert, wenn ich da auch... Hätte ich gefeiert. Hätte ich gefeiert. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich am Schluss gegen irgendeinen Boss kämpfen muss? Irgendwie... Irgendwie schon. Irgendwie... Irgendwie definitiv, ja. Oida. Da muss ich jetzt raufkriegen. Wieso ich denn da raufkommen? Schön, schön, dass ich mir das anzeigt, dass es da oben was gibt. Wenn ich wenigstens... Ich habe jetzt eh schon diesen Huhnsanker und da komme ich trotzdem nicht rauf. Safe. Safe. Ja, so wie er. Safe nicht. Da bei der... No, bei der Seite geht einmal go nix. Na, da hupst du auch wieder. Na, vergiss. Vergiss, vergiss, vergiss. Es wird sicher später irgendwann einmal so ein Doppelhupferer kommen. Irgendwas in der Richtung. Wie er wird kommen. Das weiß ich. Irgendwann einmal. Irgendwann einmal wird sowas kommen. Aber trotzdem geiles Feeling hier. Geiles Feeling. Ja, ist eh wurscht. Ich kann mich einfach so durch und tschüss. Ich habe leider noch immer nix gekriegt. Das ist irgendwie... What? Oh, ho, ho, ho. Ein bisschen was knapp. Ein bisschen. Ein ganz, ganz bisschen, Alter. Das ist ja scheiße knapp. Das ist ja wirklich scheiße knapp. Okay, es hört sich noch nicht so gut an. Es hört sich gar nicht gut an, das... Das sind einmal nur die. Die, die sind eh gemütlich. Die sind eh gemütlich. Allein schon, weil es zielsuchend ist. Aber... Es hat sich ein bisschen heftig angehört. Ein bisschen... Ja. Ein bisschen wie... Ich bitte ein Sugar Daddy von denen. Äh, da haben wir den Sugar Daddy. Oh, 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 oh. So schnell aber nicht. So schnell aber nicht. Ich verliere die ganze Zeit die Dinge da, gell? Ja, das habe ich schon mitgekriegt. Das wäre aber so geil, wenn ich die Sachen, die wir sich hier einsammeln, mitnehmen könnte. Hm, das wäre es. Das wäre schon geil. Das wäre schon geil, wenn ich das gleich als Fortschritt mitnehmen könnte. Hm? Hm? Wer wäre schuld? Wieso macht man das? Ohne... 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 Wieso... Wieso... Wieso macht man das? Da ist ja nie da mal irgendwas. Wenn man draufkommt. Oh, Bude. Irgendein... Verstecktes Ding. Wird's schon sein. Oh, oh... Oh, oh... Nix. Aber nix. Nur ein bisschen weg. Nix. Na, wie schön. Na, wie schön. Wurz, wurz. Wir schießen gleich wieder mit dem Mini-MG. Oh. Ist auch schon. Gfickt. Passt. Lauf, Bude. Lauf, Lauf. Ja, genau. Habt ihr recht, Alter. Habt ihr recht. Genau dann, wenn ich raufhupfen will, ihr Wichser. Ja, kommen jetzt dann noch welche oder darf ich dann wirklich mal hierupfen? Ich weiß nicht. Gibt's da schon andere Regeln. Na, kommen wir mal her, Brülle. Genau. Muss ich mal... Als erstes muss ich mal wieder schauen, dass ich raufhupfen. Das ist immer wichtig. Also das Praktische ist, sie kommen da aber nicht wirklich hinterher. Verschreiß nicht, aber verschreiß nicht. Mal. Verschreiß nicht gleich. Zack, zweimal. Passt. Das wäre aber eigentlich schon wieder so eine geheime Kammer eigentlich. Das Problem ist, wir haben bis jetzt noch immer nur eins gefunden. Das ist das, was mich gerade so stört. Wir haben noch immer nur eins gefunden, Alter. Das stört mich. Das stört mich schon ein bisschen sehr. Ich hätte schon gerne die Waffen. Ich hebe die schon sehr, sehr gerne. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Alter. Wenn ich die dann auch noch selbst upbrain könnte. Alter, dann. Ui. Ach, dann ist das Spiel komplett vorbei. Ich stehe jetzt nur so voll drauf, Alter. Selbst zielsuchend. Mh, mh, mh. Sexy. Einfach nur sexy. Ja, gehen wir mal da rum. Schauen, was wir da haben. Mh, die haben es dann auch wahrscheinlich gleich mal drauf ausgelegt. Das halt. So, dass du das ein oder andere Robben brauchst. Na, okay. Da hätten wir noch immer nicht. Oder sie haben es halt natürlich herausforderungsgerecht für jeden gemacht. Das könnte vielleicht auch möglich sein. Aber da tue ich. Mh, mh. Wie war es nicht, wie war es nicht. Kön-könnt sein, muss aber nicht. Muss aber nicht. Teleportation. Ich hoffe einfach nur, dass ich auch wirklich dann alles eingesammelt habe. Okay, wir müssen das mal hier das mit dem Kördhaus Ding da machen. Oh, wieder. Oh, 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 das war ein bisschen knapp wieder. Es war ein bisschen sehr knapp. Ja, immerhin. Klar, mein Schließl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber leider halt nicht das, was wir heute brauchen. Noch nicht, noch nicht. Wieso habe ich trotzdem das Gefühl, dass am Schluss irgendwie so ein Bosskampf auf uns wartet. Irgendwie so ein richtiger, heftiger Bosskampf. Ah, eh schon wieder. Irgendwie, ich erwarte mir da so irgendwie wieder so ein Bosskampf. Ich weiß es nicht. Das ist schon, das ist schon so sehr im Kopf verankert. Das ist schon so sehr verankert, dass da ständig immer irgendwas sein muss. Es kann nicht einfach nur gut laufen. Es ist viel zu gut. Ah, da ist er. Ich denke mal, gerade so, wo ist er, aber er jetzt. Hm, wir müssen ein bisschen kurz, lass mich nur kurz aufladen. Lass mich nur kurz ein bisschen aufladen und passt es schon. Oh, yes. Nice, bitch. So, wir haben auch links. Okay, ja, da bauen wir halt dementsprechend auch wieder einen Schließl. Ich mag einfach den und tschüss. Und leg mir warsch. Bin auch so durch. Ich denke mal, wir jedes Mal, dass da irgendwie nicht alles angezeigt wird. Irgendwie, irgendwie heißt es, das Gefühl, dass ein bisschen auch was das eine oder andere versteckte dabei ist. Wo ich doch ein bisschen selber schauen muss. Spür ist eh brav. Spür nimmt eh gerne an die Haarens. Kriegst du sie wenigstens jetzt endlich mal das andere krieg? Okay, wow, shit. Ist ja gar nicht da, natürlich. Also, aber vorhin dürfen wir mal nicht. Man muss aber auch ein bisschen Tempo machen. Und wenn du da kein Tempo hinlegst. Okay, bitte. Ja, das geht dann eh wieder. Oh, ab da geht es da wieder. Schmutz, Tiki, schmutz. Wieso kriege ich keine Zeit, das? Wieso kriege ich... Ah, die haben das in dem Raum abgestellt. Achso. Da war ich dann schon wieder ein bisschen zu früh dran. Ich schwirr das gleich. Schon wieder, Alter, schon wieder, really. Ja, es ist definitiv schnell. Es ist definitiv schneller. Aber ich chill mich trotzdem da einfach so durch. Wie wäre irgendetwas hier, Alter. Gar nicht. Gar keinen Schub aktivieren. Wie wäre irgendetwas hier. Okay. Besser lieber gleich von der Weiden. Besser lieber gleich von der Weiden. Besser ist. Besser ist. Aber es hat sich schon mal relativ positiv hier. Sehr positiv. Ich glaube, es ist in dem Tod. Fickzeug. Fickzeug einfach nur. Fickzeug einfach nur. Fee-Funktion haben wir bis jetzt sowieso noch nicht gehabt. Es ist halt dann wieder die Frage, ob man hier überhaupt Fee-Funktion kriegen kann. Im Herausforderungsmodus. Wird schon gut möglich sein, aber... Daweil haben wir bis jetzt noch immer nix gehabt. Ach so, fuck off. Nur ein Schlüssel. Nur den Urzschlüssel, Leute. Wie weit geht überhaupt diese Herausforderung? Verbringst 20 Stunden drin. Nur Herausforderung. Nicht krepieren. Ja, nicht krepieren. Ah. Warte, ich schwör's, Alter. Wetten, dass es genau unterregieren, dann siehst. 100%. Ich glaube, die wollen uns eh zum Bosskampf führen. Hab ich so das Gefühl. Ich hab so das Gefühl, die wollen uns eh zum Bosskampf führen. Es wird eine Hortenuss. Es wird eine Hortenuss. Wenn ich wenigstens zwei mitnehmen könnte, wäre das schon mal wenigstens ein Unterschied. Es ist traurig. Es ist ja bis jetzt nur immer nur eins. Noch immer nur. Das muss ich halt einfach nur so komisch finden. Soll ich dann durch den Bossfight 4-Requere? Erwartet mich jedes Mal am Schluss im Bosskampf? Ich glaube, ich hab zu viele Fragen. Ich glaube, ich hab viel zu viele Fragen. Sauf lieber mehr. Sauf lieber mehr, Dini. Die Frage ist dann aber wieder. Die Frage ist dann aber wieder. Die Frage ist... Bosskampf überhaupt. Bist du, wie lucky muss man haben? Wie viel lucky muss man haben, Alter? Oh, lass ihn mal schießen, den Haber. Lass ihn mal schießen. Ich hoffe, die kann ich mitnehmen, oder wenn ich die mitnehmen kann. Wer das, motherfucker? Aber auf alle Ehre. Aber auf alle Fälle. Okay, jetzt hab ich mir eingedacht gehabt, dass da irgendwie was kommt. War das scheiße knapp. Bist du deppert. Bist du deppert war das knapp. Leg mir morscht. Pfui, pfui. Oh, da hätte ich eingehen von der Rachette. Ach, guck mal, können aber noch gut. Ja, aber weiß ja. Ja, der will jetzt nicht erst denken können. Oh. Oh. Wird. Oder? Ich hab mich schon... Wow. Hab schon fast gesehen gehabt, das ist schon wieder fast daneben gegangen. Irgendwo? Okay, ist es gar... Aber wo? Aber wo? Oder haben wir die jetzt... Oder haben wir sie die Schau geschaut? Nee, nee, nee. So leicht lasse ich jetzt nicht locker. So leicht lasse ich jetzt sicher nicht locker. Ach, vielleicht da. Geh, 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 geh mal da entlang. Geh, ja, ja, ja. Das schaut schon... Das schaut schon viel versprechend aus. Yes. Oder auch nicht. Oh, soll ich da eine Kiste sein? Genau da drin oder irgendwas, gell? Oh. Wie, wie hab ich die nicht gesehen? Glaub, weil ich zu sehr drauf fokussiert war, nach oben. Glaub ich. Weil ich zu sehr sicher war, die ist oben, die ist oben, die ist oben. Oh. Das hört sich schon mal nicht gut an. Gar nicht gut an. Wollen wir wirklich rauffeschauen? Oh, fuck. Ich kann leider mal da rauffeschauen, oder? DG. Ja, wird ein bisschen... Oh. Wird ein bisschen sehr groß werden. Oh, da ist noch ein Geschütz. Leck mir, Morsch. Huuu. Huuu. Diki. Huuu. Einen gibt es anscheinend noch. Oder gibt es? Ja. Na gut, na gut, na gut. Na gut. So, aber noch kein Geschütz. Und Tschüss. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oha. 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 ha muss gekönnt werden wenn dann den jubile das oder was bin ich zweimal fragen was haben wir da wo das wäre so gleich drei stück weil wahrscheinlich ist sehr wahrscheinlich immer näher und näher zum postkampf kommen da habe ich einfach das gefühl dass wir sicher nicht so komisch finde ist die wir noch immer nur eins von den dingen auch immer nur 1 das finde ich einfach so wieso 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 das finde ich einfach so um und du hast mein multiplikator er war schön das muss mich immer belassen Er hat wirklich schön getroffen. Biss deppert, Alter. Biss deppert, Alter. Der hat mir mein ganzes Leben zerfetzt, Alter. Biss deppert. Haverer! Biss deppert, Alter. Biss deppert. Ok... Ähh, ich werde wahrscheinlich gleich mal, okay? Ja... Okay, das ist gut gesorgt. Immerhin, immerhin, immerhin. Hab's überlebt. Hab's noch überlebt. Die Temperatur geht gleich mehr. Aufpassen, es sind doch immer welche Dinger in der Luft. Es sind noch Dinger in der Luft. Nee, nee, nee. Auf den 31er los ich mich sicher nicht. Aber es gibt noch einen. Es gibt noch einen. Alter, es ist so eine geile Waffe. Und dann nur wegen so einem Hurensohn die geile Waffe zu verlieren. Aber wir haben immer noch eins von den Dinger gekriegt. Wenn ich wenigstens mehr von den Dinger gekriegt hätte. Wäre es wenigstens schon mal was. Alter, der kleine Mini-Strich. Der kleine Mini-Strich. Besteppert. Besteppert. Das ist schon ein bisschen sehr hart. Es ist schon ein bisschen sehr hart. In meinen Augen. Ja. Einmal. Und hier. Ja. Finde ich aber in Ordnung. Für die Waffe. Für die Waffe. Ja. Finde ich schwer in Ordnung. Einmal getroffen werden. Tschüss, Papa. Quasi. Oh. Es öffnet sich sogar. Scham. Ich weiß nicht, ob es einen Bosskampf gibt. Weißt du, was ich machen? Es wäre sehr riskant. Oh. Nee. Gibt's nicht. Passt. O-O-O-O-O hat sie schon für mich erledigt. Wir brauen nicht sehen. Wir brauen nicht sehen. Oh. Leider nur einmal drauf. Leider einmal drauf. Komm, das kleine Sticker, das schaffen wir noch. Ja, 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 nein. Und? Ja. Ah, immerhin. Weltrangordnung oder was? 38er. Ist okay, ist okay. Ich glaube, ich war auch vorgelegt, ich glaube nicht. Ich habe einmal getroffen worden, bin einmal. Aber ich glaube, die war, ich glaube, die war weg, ich meine, du kannst zwar mit derer spielen, es wäre halt richtig geil, wenn du die kriegen würdest und dann da abgehen könntest. Bruder, das wäre es. Bruder, das wäre es aber komplett. Ja, ja, von mir aus, ich war, probieren wir es aus. Behöte kurz den Schutz. Aber leider nur kurz. Das ist das Problem. Leider nur kurz. Okay, okay. Es geht sowieso nicht weiter. Also, was soll's. Da kann man da auch schon ein bisschen sammeln. Einfach nur so schmutz, Alter. Wenn du vorher so gespielt hast und jetzt so. Schön. Sehr, sehr schön. Ich bin überhaupt nicht verzweifelt. Überhaupt nicht. Aber hey, wir haben eine Herausforderung geschafft. Ich habe mich schon frei gehabt auf, 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 quasi. Ja, echt. Es gibt keinen anderen Weg. Und dann gehe ich beim Buskampf. Puh. Ich fühle mich etwas verarscht. Etwas ist gut gesagt. Ich fühle mich definitiv verarscht. Ich fühle mich sowas von verarscht. Ich meine, na gut. Hm, klingt nochmal nix. Ist okay. Hm, beschädigt der Kalibrator, was da eben. Hm, hm. Na komm, Bulli. Na komm, na komm. Bin mir zwei wieder gefrein auf meine, meine vorige Waffe. Die war so sexy. Die war so sexy. Die war so schön. Mit der hast du so dermaßen abgehen können. Oh, das ist meine. Oh, oh. Wenn man schon da kommt, Alter. Lass dich bloß nicht treffen jetzt von dem Scheißdreck. Oh, da haben wir schon noch, ui, ui, habe ich mir schon da auch gehabt. Aber nur noch, ui. Passt. Oh, da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Aufpassen. Immer dieses Anfangsgebiet. Immer wieder und wieder und wieder. Yes. Nur noch mal schauen und du willst jetzt super. Oh, ein sexy Schlüssel. Brauchen wir. Immer. Oh, gehen wir, gehen wir ein kleines Blaue. Gehen wir ein kleines Blaue. Ich bin schon einmal von dem Ding verarscht worden. Ich bin schon einmal von dem Ding verarscht worden. Und wenn, dann benutze ich das wirklich dann nur im anderen Raum. Und nicht da. Nein. Seitdem ich das auch nicht... Die Wichser. Diese Wichser. Ah, verbrachst Güter. Ja, da müsste ich mal eins finden. Da müsste ich mal eins finden, oder? Das ist lustig. Ja, da müsste ich mal eins finden.